Das Spiel ist aus, also ich schmeichelte für Niedendorf 1-1, aber Niedendorf hat immerweil gekämpft und so, also muss ich schon sagen, also wenn Hewitz die Titel so leicht ist, die kommt da hier auszuspielen und das 2-0 nicht mehr achten, dann ist das auch gar nicht so unverdient, so sehe ich das, also, aber wie gesagt, ein Punkt ist ein Punkt, aber für Niedendorf natürlich glücklich, aber Hewitz hat hier zwei Punkte verschenkt, also hundertprozentig, aber wie gesagt, das ist Fußball, ne, also kannst du machen, was du willst, aber ich sag das nochmal, du musst die Chancen reinwerken, denn passiert hier gar nichts in Niedendorf, aber wenn du natürlich 1-0 immer nachher verwalten willst, das geht auch nicht, aber wie gesagt, so, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, ein Punkt ist in Niedendorf ja auch nicht schlecht, aber zwei wären besser, drei wären besser gewesen, so, alles Gute hier, bis zum nächsten Mal, alles klar, unser Helmpeter meldet sich, ne, alles klar, tschüss, schönen Sonntag, tschüssi.